schönen guten morgen zusammen wir haben ungefähr 7 uhr und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu unserem ersten action film wir drehen hier in teppel einen kleinen film worum genau das werdet ihr über den verlauf des tages sehen denn wir machen hier das making of zu dieser ganzen geschichte hier und ich wünsche euch viel spaß wird denke ich eine coole sache und wir legen los vor gut einem jahr haben wir einige neue leute ins team aufgenommen und als kleine team building action haben wir gedacht lasst uns zusammen ein projekt drehen wir sind ein wochenende auf ein erstfeld gegangen und haben zusammen einen kleinen kurzfilm gedreht was dabei herausgekommen ist seht ihr natürlich bald und im making of wenn ihr bock auf mehr solcher kleiner kurzfilm ab werden wir das ganze professionalisieren und weitere stories erzählen nun aber viel spaß mit dem making of let's go aufrütteln die erste du hast deinen job mein job ist einfach diese geile karri zu fahren nichts tun und gut aussehen jetzt muss ich auch noch mal abgeben das ist einfach nicht verbre, das ist einfach nicht so schlimm das ist einfach nicht verbre. es ist einfach nicht verbre, dass wir die jetzt einfach nur anrunde Mark machen sie sehen, ob sie aber noch nicht offen Alter, was machen die denn da? Der klettert raus! Scheiße! Was? Das ist ein bisschen gefährlicher. Oh, ich hab mich auch raus. Nein, das ist nicht gefährlich. Nein, das ist nicht gefährlich. Zurück, zurück, zurück! Wer sind los, wer die Hände sind? Wer die Hände sind? Das ist auch nicht so gesperrt. Ich hab mich auch raus, ich hab mich einfach. Ach, ich hab mich auch raus. Wir haben die beste Preise für dich! Timmy, du bleibst! Timmy! Timmy! So, wir haben jetzt ausgemacht. Wir machen den Zugriff gleich da hinten. Da werden ja die beiden Chiro Keys aufeinander, beziehungsweise die beiden Zugriffsautos zu fahren. Wir schauen uns jetzt mal die Hallen an, ob wir da rein können und da das Haku für den Übergriff starten. Wir müssen jetzt auch raus. Mach das Fahrrad! Wir sind auch raus, wir sind auch raus. So, wir wollen kommen. Immer gucken so, wir haben das Auto weg! Wir brauchen das Auto weg! Wir müssen das Auto weg! Weil dann, wenn du hier so verkrampft bist, dann machst du auch immer den hier beim Laufen. Weil du hier bist, dann kannst du hier halt ganz ruhig halten. Dann kommt Basti von hinten. Stell dich mal hin. Jetzt beginnt das spaßige Teil. Ja, und Basti geht eben hier hin, Knie in den Rücken, in den Schwitzkasten nehmen. Und warte, warte, das ist eigentlich für dich das angenehme, wenn du jetzt einfach mitläufst. Dass wir eben hier rumziehen und von hier dann irgendwo rein drücken. Ja, und Basti.